Wenn wir uns die Anzeige und Bedienoberflächen des neuen A3 anschauen, dann stellen wir fest, dass wir in einer völlig neuen Fahrzeuggeneration sind, eigentlich in einem neuen Zeitalter. Vor dem Fahrer befindet sich die digitale Bühne, zum einen mit dem Mittendisplay, was bereits ab der Serie mit 10,1 Zoll ausgestattet ist und auch mit dem volldigitalen Kombi-Instrument, was ebenfalls serienmäßig ist. Hier ist zwar das große Kombi-Instrument drin mit 12,3 Zoll, in der Serie befindet sich mit 10,25 Zoll. Wie gesagt, bereits ab der Serie keine analogen Instrumente mehr. Das heißt, ich habe hier dann auch die Möglichkeit der Umschaltung und die volle Flexibilität über das digitale Kombi-Instrument. Zusätzlich noch, bisher nur in der Oberklasse, ab jetzt auch im A-Segment, im A3 ein Head-Up-Display, was genauso wie in der Oberklasse auch über die Windschutzscheibe die Information rausspiegelt auf die Straße. Das heißt, ich habe die Fahrerinformationen eigentlich genau da, wo ich sie brauche. Ich muss meinen Blick nicht mehr abwenden. Beim neuen A3 bin ich auf zwei Sachen ganz besonders stolz. Zum einen haben wir es geschafft, das Beste aus zwei Welten zusammenzubringen. Das heißt, wir haben einerseits aus der digitalen Welt die vielen Displays, die Flexibilität, die damit einhergeht, die Flexibilität in Anzeige und Bedienung. Ich habe die Handschrifteingabe, ich habe die Spracheingabe. Zum anderen aber eben auch noch das Gute aus der alten, aus der klassischen Welt mit den klassischen Bedienelementen, mit der damit einhergehenden hohen Bediensicherheit, mit der Ergonomie, auch mit der einfachen Bedienung auf der ersten Ebene. Also das ist das eine, das Zusammenbringen aus den beiden Welten. Und zum anderen haben wir jetzt auch Ausstattung, die wir bisher nur in der Oberklasse hatten, also speziell das Head-Up-Display, aber eben auch die großen Displays, die digitalen Instrumente, haben wir jetzt auch in den A3 gebracht und eben auch mit einem sehr, sehr großen Serienumfang. Das heißt, mit dem Mittendisplay, mit dem digitalen Kombi-Instrument, Sachen, die bereits ab der Serie sind, mit dem Head-Up-Display auch im Optionsgeschäft, Sachen, die wir aber bisher nur aus der Oberklasse kannten. Das heißt, mit dem Thema, die wir jetzt auch in der Oberklasse sind, die wir jetzt auch in der Oberklasse sind, und die wir jetzt auch in der Oberklasse sind, die wir jetzt auch in der Oberklasse sind,